Ich werde YouTube reinigen. Es gibt zu viele Videos. YouTube hat keinen Speicher mehr, wenn jeder so viele Videos hochladen kann, wie er will. Deswegen, mit einem Fingerschnippen, kann ich das Problem lösen. Ich werde die Hälfte aller YouTube-Videos löschen. Die Avengers wollen mich aufhalten. Ihr seid nur kleine Avengers. Ah, wie das aussieht. Ich mach euch wieder groß, okay? Ich mach euch groß. Vielleicht ist es ein bisschen zu groß. Ah, was ist hier los? Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Witzige VR Games. Die erste Folge kam ja ziemlich gut bei euch an. Und ich hab wieder drei Spiele rausgesucht, die alle auf ihre eigene Art ziemlich lustig sind. Das heißt, habt viel Spaß und wenn ihr mehr von diesem Format sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Und da fangen wir direkt mal an. So Leute, ich hab ja in FNAF VR immer Witze drüber gemacht, dass ich der beste Arzt bin. Und heute werde ich euch zeigen, dass das stimmt. Herzoperation. Zum Glück bin ich ein Profi und weiß genau, wie sowas funktioniert. Das sieht eigentlich von mir direkt zu eklig aus, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich mach das, okay? Hey, der schläft nicht. Der schläft gar nicht. Okay, da fangen wir mal an. Ähm, womit denn eigentlich? Okay, da ist überhaupt nichts Ekliges dabei. Das ist ganz normal. Jetzt weiss ich, warum ich nie Arzt werden möchte. Äh, ich meine, ich bin natürlich Arzt, ne? Dann greifen wir mal kurz rein. Was haben wir denn hier? Oh, ein... Das sieht fast aus wie ein Wal. Aber es ist eine Lunge. Brauchst du alles nicht, ist alles überflüssig. Weg damit. Okay, jetzt wird's knifflig. Nein, warum? Warum hab ich verkackt? Oh Mann, Bob. Kannst du nicht mal aufhören zu sterben? Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem Vlog. Heute operieren wir diesen Spassen hier. Willst du auch was sagen, Bob? Sag was! Weg damit, weg damit, weg damit. Ah, ah, na, 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 Junge. Diesmal müssen wir mal gucken, Bob. Ob mit deinen Zähnen alles in Ordnung ist. Bitte, ah. Ah, da merkt man schon, da muss man definitiv ein bisschen mit härteren Geschützen ranfahren. Raus, ihr Zähne! Wow. Was denn? Ich bin auch Zahnars nebenbei. Hehe. Du da rein und du da rein. Hahaha, perfekt. Es gibt doch hier eine Spritze, die wir ihm geben können, damit er nicht blutet, oder? Es ist lange her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Es ist draußen, es ist draußen. Ah, ah, hier, hier rein. Äh, da, Chris. Ja, haha. Ballone. Was, fliegen Ballone rum? Haha. Ich bin der geborene Arzt. Ich hab's von Anfang an gesagt. Hi, Leute. Guckt euch Bobs fröhliches Gesicht an. Jetzt geht's natürlich weiter zur nächsten Operation. Äh, Bob, was hast du eigentlich gegessen? Bist ein Alien in dir geschlüpft? Hä, womit fangen wir denn diesmal an? Bäh, Gott. Bäh, 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 bäh. Igitt. Ist das eine Pizzaschere? Ich wüsste echt gerne, was ich hier tun muss. Nein, hör auf zu bluten. Er blutet nur noch schneller. Ah, ich hab mich selber dran. Ah, ich hab mich selber gepikst. Ah, das hat funktioniert. Ich glaube, das hat funktioniert. Ah, wo muss ich? Bob, warum gibt es dich Träume? Okay, ich hab wirklich ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich hier tue. Wow. Oh, das hat funktioniert, oder? Oh, ich hab die Schlange entfernt, Bob. Ich hab die Schlange entfernt, die du gegessen hast. Sesam, löse dich. Yes. Gut, 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 gut. Nein, geht raus. So. Guck mal, Bob, das war in deinem Körper. Nein, 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 nein. Ich muss da rüber. Nein. Ich steck nicht einfach die Videokamera in den Bauch. Perfekt. Yeah. Das ist es. So muss das laufen. Und jetzt die beiden neuen Nieren. Tada. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Huh. Yeah. Huh. Der Doktor. Der Super Doktor Doofix hat wieder einen Job erledigt. Oh Gott. Was zur Hölle? Ist das ein Horrorgame geworden? Okay, nee, weißt du was? Nee, das will ich nicht. Das ist mir zu scary. Und ich hab keine Lust auf... Nee, das geht mir zu weit. Ich hab Feierabend, Leute, okay? So, ich brauch jetzt irgendetwas Niedliches, okay? Oh, guck dir das an. Ich hab ein Kätzchen. Oh, guckt euch das an, wie süß. Oh, sorry. Wow, guck mal, mein Kätzchen spielt mit dem Ball. Oh, mehr Kätzchen. Ja, guck mal. Wie heißt die Katze? Mayo. Komischer Name für eine Katze. Darf ich vorstellen, das ist Mayo, okay? Kommt jetzt später. Was? Die haben ja aufs Sofa gekackt. Igitt. Ah, da, da rein damit. Ah. Igitt. Nein, was mach ich jetzt mit der Kacke? Ja, Fenster öffnen auf jeden Fall. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen stinken. Hier, friss das auf. Haha, Spaß. Oh, ich kann eine andere Farbe verpassen. Toll, und wie wisch ich diese Kacke weg? Ach so macht man das. Aber du bist angepisst, oder was? Ja, du verpiss dich doch. Ja, komm, geh in den Schrank. Ich mach dir auf. Los. Geh rein. Geh rein. So, jetzt könnt ihr da reinkacken, ne? Und das ist alles halt, was Katzen machen. Katzen spielen, schlafen und kacken. Oh, guck mal. Sie kämpfen miteinander. Oh, ist das süß. Mayo denkt sich so. Ah, jetzt lass mich auch mal kacken. Äh, was machst denn du für Geräusche? Bist du ein Leopard, oder was? Ey, hör auf damit. Das machst du nicht nochmal, okay? Äh. Ich hab doch gerade gesagt, hör auf damit. Wehe. Bin das doch... Du Kleiner. Was willst du eigentlich? Hör auf, warum seid ihr so schlimm? Ich glaub, ich weiss, was du brauchst. Du brauchst so einen Kratzbaum, aber hier gibt es nix. Hier. Tada. Endlich. Darf ich bekannt machen, das ist ein Kratzbaum. Was macht ihr? Ihr dummen Kätzchen. Geht doch da hin. Ich hab extra dieses... Ah. Ich hab extra dieses Ding gekauft. Ich stell das einfach auf die Couch, dann können die da gar nicht mehr vorbei. Ey, ich hab genug Sterne, glaub ich, für eine neue Katze. Lass uns eine neue Katze holen. Oh, guck mal, du bist so ein Süßes. Aber du bist echt hässlich eigentlich, ne? Was ist denn das für eine verschimmelte Farbe? Jetzt hab ich drei süße Kätzchen. Oh. Ey, hör auf damit! Ja, aus dem Fenster. Tada, ich hab jetzt ein Bett für euch. Gut, dann eben nicht. Ja, kack doch. Oh, Mann. Egal, was ich tue, sie akzeptieren es nicht. Ah, so ist das. So ist's brav, genau. Wow, jetzt haben wir eine gelbe Couch. Yay, jetzt hab ich noch eine blaue Couch. Aber wenigstens ein bisschen Farbe in diesem sonst so langweiligen Raum. Ich mein, das ist die langweiligste Wohnung, die ich gesehen hab, seit Maxi seine Wohnung gezeigt hat. Daher, ha. Okay, das reicht dann ja wohl auch erstmal mit diesem Spiel. Ich muss sagen, es macht echt süchtig. Wir haben jetzt drei niedliche kleine Kätzchen, die uns den ganzen Fussboden vollkacken und uns das Sofa zerreißen. Aber egal, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Spiel. Was geht, Leute? Face Reveal. So sehe ich natürlich auch im Real Life aus. Okay, dieses Spiel heißt Blade and Sorcery. Und es geht darum, Leute zu verprügeln. Oh, ich bin ein T-Rex. Heute wird das ernst. Oh, heute wird das ernst. Guck mal, was ich machen kann. Yeah. Natürlich brauche ich kein Schwert, denn ich bin ja ein T-Rex. Oh, wir können in die Arena gehen. In die Arena von Ups. Wow. Ich bin wirklich in einer Arena drin. Hä? Oh, was, was? Nein, 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 nein. Frieden, 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 Frieden. Ah, 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 die ist verrückt. Hier, hier sind die Waffen, hier sind die Waffen. Und ich hole mir natürlich Thor's Hammer. Ah, dein, dein, deine Axt steckt fest. Okay, nevermind. Das Beste in diesem Spiel sind aber die Mods. Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Hör mich alle mal głos haaha Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata Jetzt stopp! Aufhören! Es reicht jetzt! Es wird genug Blut vergossen! Hab gesagt STOPP! Ich habe die Macht! Yeah! Ihr unwürdigen! HaHaHa! 2! HaHaHaHa Jaaah! Du Narr, kannst du die Koffie beraufen? Könnt ihr auch hören, zu laut zu schreien? Was ist eigentlich hier oben? Oh, kleiner Trainingsraum. Was ist das denn? Hä? Was? Ich, ich hab mich nicht mehr unter Kontrolle. Ich kann meinen Körper nicht kontrollieren. Ich bin verweichlicht. Ich meine, ich bin unausweichlich. Wir haben den Thanos-Handschuh. Den offiziellen, wir sind Thanos. Sind das etwa die Avengers? Soll das ein Avengers sein? Fris-Energie! Okay, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Sorry, okay. Sorry. Noch einer? Oh, ho, ho, ho. What?! 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 Guckt euch den an! Guckt euch den an! Bitte he! Das heißt, hier kann jetzt ein Schokopudding rumfliegen. Wenn immer ich es will! Hört auf, mich aufzuhalten! Ich werde die Welt kaputt machen! Ich brauch nicht mehr lange! Und dann werde ich die Hälfte des... Ah, Gott, wo kommst du her? Die kämpfen jetzt gegeneinander. Ah, ha, ha, ha. Oh, nein, 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 warte, warte, Thanos hat den Handschuh verloren. Lass mich jetzt endlich mal in Ruhe. Was ist denn das für Leute? Hey, komm zurück. Ja, viel Spaß. Wollte die noch größer sein, ne? Ah, ha, ha, wie das aussieht. Ich kann auch wieder kleiner machen, keine Sorge. Bitte, wie sieht das denn aus? Ah, oh Gott, eine Staubhäuschrecke. Ah, Thanos hasst Staubhäuschrecken. Ah, Hilfe. Oh, mein Gott, wie das aussieht. Ah, ha, ha, Junge, wie so kleine Insekten. Ah, was habe ich hier erschaffen? Kannst du aufhören, auf mir zu stehen? Ich meine, ich verstehe es natürlich, dass du auf den allmächtigen Thanos stehst. Aber du stehst jetzt wortwörtlich auf mir, das ist nicht so angenehm. Ah, ha, ha. Ähm. Oh, was? Mein Handschuh ist kaputt. Ihr wart das. Ihr wollt meinen Handschuh kaputt machen? Nicht so einfach. Ah, ha, ha, ha. So viel Macht fühlt sich gut an. Ja, ha, ha. Ein paar Sekunden später. Oh Gott, oh Gott. Okay. Ah, ah, was? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Hä? Wie bin ich denn hier hingekommen? Egal wo ich bin. Die Avengers können mich nicht aufhalten. Ich werde YouTube reinigen. Es gibt zu viele Videos. Für diese Plattform. YouTube hat keinen Speicher mehr. Wenn jeder so viele Videos hochladen kann, wie er will. Deswegen mit einem Fingerschnippen kann ich das Problem lösen. Ich werde die Hälfte aller YouTube-Videos löschen. Ha, ha, ha. Die Avengers sollen mich aufhalten? Puh. Ihr seid nur kleine Avengers. Ah, wie das aussieht. What? Was ist hier los? Alles Spackt. Ich habe das Spiel so was von kaputt gemacht gerade. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte nur die Hälfte der YouTube-Videos löschen und das Universum retten. Und die Hälfte aller Videos werden gelöscht. Was? Werden hiermit gelöscht. Oh, doch nicht dieses Video. Ach, kacke. So wollte ich das nicht. Falls ihr mehr von diesem Thanos-Mod sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr mehr solche Videos sehen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.